Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 24. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 975. Heute habe ich die folgenden Themen für euch. Epic, Lidl, Devolo, Updates, MKE 200 und Sure MV7, über das übrigens ich gerade hier reinspreche. Dieses Podcast-Format. Ich starte mal mit Epic. Da geht es langsam aber sicher los. In den Starten startet der Prozess ja ab dem 3. Mai. Also da muss man sich noch einen Monat gedulden, bis man dann was mitbekommt von der ganzen Schlammschlacht. In Australien ist es aktuell schon am Wirken und da möchte Epic vor allem etwas. Ein alternativer Store, eigene Zahlungsabwicklung und vor allem nicht mehr Apple 30% abgeben oder neue 15% oder wie viel auch immer. Ja, möchte, möchte und dennoch profitieren. Ich bin ja mal sehr gespannt, wie die ganzen Streits ausgehen und wer da schlussendlich gewinnen wird. Ich hoffe, der Kunde, der mit Sicherheit und vor allem auf dem sicheren Weg sich weiterhin Apps runterladen kann und das Ganze auch einfach und global gleich und solche Geschichten. Ich bin halt ein kleiner Fan des Einfachen, würde ich mal sagen. Dann gibt es Neuigkeiten, die eventuell kommen werden. Ja, Gerüchte, aber die sich schon im Quellcode abgezeichnet haben oder wie gesagt in der App im HomeKit oder wie gesagt in der Lidl Home-App, also eine deutsche App vom deutschen Herstellverkäufer, Discounter Lidl, jetzt ist es gegangen, die möchte oder da schaut es ganz danach aus, dass nächstens ein Update kommt, damit die ganzen Smart Home-Geräte, welche auf ZigBee 3.0 funken, bald auch schon in HomeKit bei Apple integriert werden können. So wie man es bei anderen Herstellern schon gesehen hat, wie zum Beispiel Ikea etc., könnte das nun vielleicht bald auch schon bei den Lidl Home-Produkten soweit sein. Ich bin ja mal gespannt und ich hoffe, dass die Dinger auch mal in die Schweiz kommen. Ich möchte da zumindest mal einen Blick drauf werfen. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Devolo. Die haben auf einige Produkte ausgewählte, nämlich der Meshwelen 2 Serie oder der Devolo Magic Serie und der DLAN 1200 Serie, sowie beim Wi-Fi Repeater Plus AC. Da haben sie ein zusätzliches Jahr Garantie mit dazu gemacht. Statt drei haben die nun vier Jahre Garantie, aber nur, wenn man es innerhalb der ersten, ich glaube es waren acht Wochen, beim Hersteller auf der Webseite registriert. Nach dem Verkauf natürlich. Und da bin ich wahrscheinlich schon draussen, obwohl, nee, das letzte, die Magic-Dinger, die dürfen noch drin sein. Ich gehe gleich mal registrieren. Dann gibt es Neuigkeiten für alle, die die iWork Suite für sich beanspruchen und der iPadOS, also auf dem iPad, gibt es da Updates für Pages, Numbers und Keynotes. Nichts weltbewegendes, was aber mit dabei ist und das finde ich praktisch, das Werkzeug Kritzeln ist mit an Bord. Und das sowohl in Pages wie auch in Numbers und auch in Keynote. Überall könnt ihr jetzt mit dem Stift direkt rumkritzeln und das Ganze wird nachher umgesetzt in diese digitale Spracheschrift, die man so in diesem Internet kennt. Genau. Dann habe ich einen Hinweis auf ein Sennheiser MKE 200-Mikrofon-Video, was ich online gestellt habe. Wer mag, gerne mal reinschauen. Ein cooles Mikrofon für alle Vlogger und Menschen, die einfach nicht viel mitschleppen möchten an Setup. Und zu guter Letzt ist mein ausführlicher Testbericht zum Shure MV7 online gegangen. Das ist dieses Mikrofon, wo ich jetzt hier gerade reinspreche und auch in den letzten Tagen, nicht immer, aber in den letzten Folgen, nicht immer, aber immer wieder mal reingesprochen habe. Und da bin ich sehr gespannt, wie ihr das findet. In diesem Sinn, wer mag, gerne reinlesen. daily.geektalk.ch Da findet ihr den Link zu dem Testbericht, aber auch zu den anderen Neuigkeiten oder im Podcatcher eures geringstens Misstrauens. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.